Hallo Leute, es geht weiter mit American McGs Alice und ich wusste ja zuletzt nicht, wo ich hier gerade weiterkomme und hab jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Na klar, die Sitzplätze natürlich, da kann man raufgehen. Und, wenn ich hier raufgehe, dann boing ich hoch auf das Mana, aber ich muss ganz doll aufpassen, weil, oh, ach jetzt hält sie sich plötzlich fest, das ist ja komisch. Ja, geht er hoch. Boing. Okay, ich hab das andere Mana schon, das ist gut. Aber meine Lebensenergie ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich mag eigentlich auch gar nicht speichern, tue es aber trotzdem, weil ich nicht weiß, ob ich es gerade schaffe. Jetzt ist ein Sprung direkt aufs Mana und weg. Also, sich alles holen, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal weiter. Ja. So. Uiuiui. Jetzt hab ich zwar ganz viel Mana, aber irgendwie... Ach so, jetzt hab ich mir alle geholt und jetzt öffnet sich auch das Portal. Das ist ja gut. Okay. Hinten so die Uhr und so. Es ist voll cool eigentlich. Auch wenn es total blöd ist, teilweise auch das Spiel, aber die Kulisse ist echt cool. Sechs Uhr. Kommt der Greif jetzt frei? Ich glaube, ja. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir jetzt sind. Kann ich jetzt hier zurückgehen, oder... Na, dann würde ich sagen, gehe ich auch mal durch das Portal, wenn das hier schon so angezeigt wird. Und dann kommen wir ins nächste Level, was Gesicht heißt. Ach, dann hätte ich ja eigentlich das letzte Mal auch direkt ins nächste Level gehen können. Das war ja doch jetzt ein bisschen schneller als gedacht. Ich frage mich auch, wie lange das Spiel überhaupt noch so geht. Vom Umfang her dürften es, glaube ich, noch so, naja, vielleicht zehn Parts oder so. Je nachdem, wie schnell ich halt was schaffe. Ich speichere hier mal. Gut, dass ich volle Energie habe. Sehr nett. Kommt jetzt hier ein Bossgegner oder so? Es sieht so aus. Irgendwie. Es fehlt nur noch das Auge des Jabberwocky. Er hat zwar zwei davon, aber er hängt an beiden. Ich fürchte, da wird er seine Meinung nicht ändern. Wo ist übrigens der Gutmacher? Ich weiß nicht, wo der Gutmacher ist, aber der hat uns mehr in Schwierigkeiten gebracht, als ich dachte eigentlich, er wäre ein Freund. Da ist er ja schon. Hallo. Was ist jetzt? Warum steht er da nur so? Der ist so... Oh Gott, der greift mich ja an. Oh Gott, der greift mich ja an. Muss ich ihn an einer bestimmten Stelle treffen? Hilfe! Wo muss ich ihn denn treffen? Wow! Ist der schnell! Wow! Oh, ich hab Schiss vor dem! Scheiße! Mann! Oh Gott, jetzt kommt der auch noch! Fuck! 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 Shit! Das schaffe ich ja nie! Ja, ja super! Wenn die mich jetzt so beschießen, was soll ich denn dann machen? Und dann auch noch zwei auf einmal? Mein lieber Schwan, ey! Was geht denn hier ab? Und wann verschwindet der Hutmacher und überhaupt? Scheiße! Es fehlt nur noch das Auge des Jabberwocky. Er hat zwar zwei davon, aber er hängt am Bein. Ich fürchte, da wird er seine Meinung nicht ändern. Wo ist übrigens der Hutmacher? Mist! Mist, 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 Mist! Er brennt! Das ist sehr gut, er brennt! Spring, 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 spring! Er ist so schnell! Er ist direkt immer hinter mir! Das ist so gemein! Das ist so gemein! Hilfe! 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 Ja, super! Ja, toll! Ich meine, wie soll man das denn schaffen? Hallo? Hallo? Ich kann ja nicht mal weglaufen. Gar nichts. Ich kann den ganzen Scheiß jetzt hier nochmal machen. Oh Mann, aber das mit dem Brennen versuche ich jetzt nochmal. Obwohl, ich versuche es mal mit den Dämonen. Vielleicht klappt das ja auch. Nee, mach mal weiter. Das Auge des Jabberwocky. Er hat zwar zwei davon, aber er hängt an beiden. Ich fürchte, da wird er seine Meinung nicht ändern. Wo ist übrigens der Hutmacher? Da kommt der Hutmacher. Jeden Moment. Da. Shit! Die verpuffen! Die verpuffen! Fuck! Ach, leck mich doch! Boah, ich kann ihn nicht mal angreifen, so schnell ist der. Jente trifft mich auch immer. Schneller, Alice! Schneller! 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 Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! Da! Jetzt kommen die Eisdinger. Äh, die. Die. Die, die wisst schon. Oh, ich hab eingeschafft. Nein, komm! Nein! Komm! So, den jetzt noch? Komm, 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 komm. Shit! Okay, das war der nächste. Okay. Und was kommt jetzt? Scheiße. 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 Oh, ich speichere mal diese Runde. Hallo! Wer kommt denn jetzt? Hallo! hat jetzt hier irgendwas geöffnet oder so? Kann ich jetzt zur Tür springen? Oh, 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 er kommt wieder. Oh, 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 er kommt wieder. Er kommt wieder. La, la, la. Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, er schießt wieder. Ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt angreifen kann. Aber im Moment geht's gerade so. Jetzt verschwinde endlich. Ist er weg? Nein. Ah! Okay, er ist weg. Nein, 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 nein. Oh, die sind so stark. Oh, ich schaff's schon wieder nicht. Er ist unglaublich. Scheiße. Fuck, ich hab's ja mit voll nicht gerechnet hier. Voll der schwere Kampf. Gut, dass ich gespeichert hab. Muss ich die erste Runde nicht nochmal machen? Das werde ich dann gleich nach der zweiten auch machen. Ach, anders weiß ich auch nicht. Muss man ja super mega geübt sein. Oder ich weiß auch nicht. Stirb! Stirb! Oh, ich hab keinen Mana und nix mehr. Mana, 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 Mana. Er ist so böse. Warum ist der Hutmacher so böse? Hilfe! Der war doch immer so nett. Eigentlich dachte ich, das wäre ein Freund. Aber irgendwie doch nicht. Shit. Ich brauch eine andere Waffe. Ich klicke hier schon blind irgendwie auf den Tastaturen rum. Haha. Scheiße. Okay. Warum? Warum? Egal. Egal. Ich speichere, weil irgendwie, ne? Irgendwie geschafft. Und irgendwie... Keine Ahnung warum. Kommt der Hutmacher wieder? Ich weiß nicht, ob ich den Hutmacher angreifen muss. Oder dass jetzt so ewige Runden sind. Oder ob es nur so drei Runden gibt. Oder so, die man überstehen muss. Aber ich kann ihn ja angreifen. Das ist es halt. Komm, brenne. Wirf dein Ding. Wirf dein Ding. Scheiße, jetzt brenne ich. Das war so klar. Scheiße. Ja, ich muss halt immer in Bewegung bleiben. Und dann renne ich halt leider auch in mein eigenes Feuer. Schnell. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Versuchen wir es mal mit denen nochmal. Ich greife ihn an, aber irgendwie passiert gar nicht so viel. Das war wieder so getroffen. Mann, es gibt hier viel zu wenig Mana, ganz ehrlich. Das ist voll unfair. Ich habe ihn voll in die Eier mit dem Messer gehauen. Hätte ihm eigentlich wehtun müssen. Komm. Okay, er verschwindet wieder. Und ich hier mit keinem Mana. Es ist zum Kotzen. Ja, danke. Beschießt mich. Ja, ist okay. Ihr habt mich eh gleich wieder, ne? Ich kenne euch dort, ihr Schweine. Warten. Und jetzt verschwinden die wieder. Wow, was war das jetzt wieder? Okay, schnell, schnell hin. Energie, Energie, Energie. Ich weiß auch nicht, ob das so Sinn macht, was ich hier mache. Wenn ich keine Mana habe, bin ich mal voll am Arsch. Brenne. Renn doch mal. Oh Mann, vorhin hat das so gut geklappt. Scheiße. Und er kriegt mich auch immer. Der ist so schnell. Shit. Jetzt geht er wieder weg. Ja, toll. Super, tot. Tot. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich laufe jetzt einfach nur noch vor dem Typen erstmal weg. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass man ihn angreifen soll. Aber meine Dämonen hier helfen eh nicht und dann verbrauche ich meinen Mana. Deswegen erstmal versuche ich es nochmal weiter so. Weil ich halt nicht weiß, ob man die Runden nur überstehen soll oder ob ich ihn angreifen soll. Weil bis jetzt, naja, habe ich ihn noch nicht so richtig platt gekriegt. Ist er weg? Nö. Hilft mir doch mal. Na, die verpuffen wieder. Es ist zum Kotzen. Jetzt aber. Kommt schon. Wieso verpuffen die immer? Es ist so scheiße. Ey. Nervt nicht. Ja, was soll ich machen? Irgendwas muss es doch geben, wie ich ihn angreifen kann. Sonst würde der nicht immer wiederkommen. Ich habe ihn wahrscheinlich einfach noch nicht genug angegriffen. Oder so. Da kommt er jetzt wieder, der Arsch. Da ist er schon. Da ist er schon. Einfach mal so eine Mauer. Guck mal. Das trifft ihn doch voll. So. Jetzt holst du dir da hinten die Energie. Weil, ich meine, er nimmt ja Schaden so. Oder er ist einfach nur richtig schwer zu knacken. Mann. Hör auf damit. Nein. Jetzt ist er wieder weg, ne? Oh Mann. Und jetzt kommen die wieder. Scheiße. Scheiße. Es ist so schwer und ich bin so allein. Und keiner sagt mir, was ich machen kann. Ich bin so schwer und ich bin so schwer und ich bin so schwer. Er ist mir voll reingelaufen. Das finde ich gut. Oh. Oh, guck mal. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Yay. Das hat voll gut geklappt mit den Stacheldingern hier. Ich mache nämlich immer sonst die Rechtsklick-Attacke mit den Sternen. Und die, 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 die. Ich hab ja diesmal die linke Maustaste genommen. Und dann bleiben die so bip bip. Und dann sieht man noch diesen Ball. Und das ist viel stärker. Voll geil. Ist da jetzt eine Bombe? Sollte ich vielleicht eher wegrennen? Das sieht aus, als würde er gleich explodieren. Uhuhu. Ich weiß es nicht. Was passiert mit ihm jetzt? Hallo. Ich speichere lieber mal schnell. Geschafft. Ist geschafft, ne? Oh, das muss ich mir merken. Kann ich seinen Stab nehmen? Oder sein Hut-Ding? Hallo. Diese Dinger, das hat mir echt den Hintern gerettet. Also sollte ich doch ihn angreifen. Ja, aber darüber schaffe ich's nicht. Was soll ich dann machen? Kann ich hier vielleicht rauf? Nein. Gut, dass ich gespeichert hab. Läuft wie immer richtig professionell bei mir. Komisch. Kann ich die Uhr kaputt machen? Nö. Oh, ich bin so froh, dass ich ihn jetzt doch erledigt gekriegt hab. Aber es tut sich hier auch gar nix irgendwie. Aber ich schaff's doch da eh nicht rüber zu der Tür. Wie komm ich da rüber? Herr Fischer, Herr Fischer. Wie kommen wir da rüber? Wie kommen wir da rüber? Das kann ich nicht kaputt machen. Kann ich da wirklich nicht rauf? Doch, ich bin doch jetzt hier oben. Geht doch. Juhu. Mit dieser Uhr kannst du die Zeit anhalten, vorüber gehen. Dann geht die Zeit weiter und alle bewegen sich wieder. Nur die Toten nicht. Mhm. Was ist denn hier noch um die Ecke? Die Energie. Die ich jetzt gerade nicht mehr brauche. Vorhin hätte ich sie gut gebraucht. Und ich hab eine neue Waffe. Yay, ich hab's geschafft. Und der Greif ist frei. Ich möchte dir meine Dienste anbieten. Versprich nur, was du auch halten kannst. Ich werde die Rote Königin bekämpfen. Der Ausgang der Schlacht ist ungewiss. Du bist nicht allein. Gestatte, dass ich dir als Kommandant diene und die Truppen anführe, die du bereits für dich gewonnen hast. Wir brauchen eine Schlachtstrategie. Um die Königin angreifen zu können, müssen wir die Tore ihres Reichs passieren. Und das geht nur mit dem Augenstab des Jabberwocky. Öffne das Tor, dann führe ich die Truppen zum Sieg. Brennende Neugier kommt jetzt. Ach ja, ich bin froh. Ich hab's geschafft. Und das wenigstens in einem Partner. Genau, ich hatte schon wieder Angst, dass ich irgendwie zwei Parts jetzt diesen doofen Kampf machen muss. Aber es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, dass die Gegner hier in American Mac G's Alice so nur auf bestimmte Waffen mehr oder weniger reagieren. Und dann muss man halt ein paar Mal sterben, immer um zu testen, wann nimmt er viel Schaden oder muss er überhaupt Schaden nehmen. Aber es ist ja oft auch bei Bossgegnern so, dass die, ähm, ja, eine kurze Zeit da sind, dann soll man ihn angreifen. Dann geht er weg, dann schickt er seine Gegner, die muss man auch erst mal wieder killen. Und immer nur, wenn er da ist, kann man ihn angreifen. Aber ich fand ihn echt super schnell. Und es war nicht so einfach. Ja, in was für einem Level wir auch immer hier sind, was es hier zu sehen gibt. Oh Gott. Hallo. Ach, ich habe ja eine neue Waffe. Der wird jetzt... Ach, der bleibt stehen. Das ist ja cool. Und dann kann ich den platt machen. Das ist ja interessant. Okay, dann würde ich sagen, speichere ich hier einfach mal ab. Ich habe ein bisschen Angst vor denen. Ich weiß ja gar nicht... Ich weiß ja gar nicht, wie böse die sind. Ich speichere hier einfach mal. Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Shit. Ach, jetzt ist er tot. Ach, es ist jetzt so Zeit vergangen und dann... Ah ja. Okay. Gut. Es vergeht also mit dieser Ohr. So bleibt die Zeit stehen und es stirbt von alleine oder war das, weil ich ihn jetzt angegriffen hatte? Ich muss ihn nochmal ausprobieren im nächsten Part. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Alice-Part. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.